Noch nichts zu starten, ich will mal eben hier ein Visier draufsetzen. Das sind mir nur noch 2 Euro, ne. Mach ich nicht, bin ich nicht verrückt. Ok, Sekundärwaffe, dann bin ich wieder die. Schalli drauf, Messer habe ich als Ball. Nimm hier Pelikan. So, bei Pelikan kann ich keinen so fahren. Ja, nice. Wie ist das? Na? Nee. Der hat doch gar nicht angehängt. Leute, seid ihr nur da? Ja. Wie hat's fest? Hm. Wir nehmen nochmal einen Transport. Ach so, letzte Runde für mich heute. Okay. Wie spät habe ich denn schon wieder? Halb zwölf. Ui, Ui. Okay. Letzte Runde für mich. Gott, äh, schwere Bewaffnung. Das können wir gleich noch umgehen. Genau. Gott. Äh, Kim, vergiss deine Säge nicht. Das ist jetzt an der Kreuzung, das heißt, sie können wieder von überall kommen, aber soweit ich weiß, müsste da ein Kaffee sein. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu verstecken. Gute zu nehmen und dann bringkoppe die Strongboxes in die Seite. Richtig über dem Meni oder mit diesen, ähm, demnens. 낚en. Du mal Arsch. Ui, bitte? Nemal Munitionen partnern. Ich hab mir alles angeguckt, ok, das ist deine letzte Runde, wollen wir danach noch Black Earth, Battlefield oder CS spielen? Ne, das ist auch das letzte Runde. Okay. So sei das soweit, Mädels. Ach so, ja, HGB, du hast noch deinen Anzug an. Also beziehungsweise deine leichte Schutzweste. Ja, dann wechsel ich mal eben. Oh. Genau. Gut, los geht's. Geht auch gar nicht. Dann fahr ich schon heute nochmal an zu bearbeiten die Videos. Okay, ich halte die Leute aus, ich setz direkt die Drills. Okay. Jetzt, wir machen unsere Partie. Los geht's! 30 Sekunden! Wo muss ich denn hin? Los geht's! Alle? Na ja, die roten, ne? Die auf dich schießen. Sind zwei Transporter, ist gut. Wir bleiben größtenteils zwischen Kaffee und den Transportern. Äh, Kim, hier hinten sind zweimal ATM. Muss ich schreiben. Er hört uns nicht, glaub ich. Okay. Doch, er hört dich, aber er kann nicht reden. So war das. Okay. gut. Ey, Leute, ich weiß gar nicht, wovon wir gerade kommen. Da! Neben Kaffee. Sucht euch immer irgendeine Deckung, ne? Von der ihr aus schießen könnt. Hinter die ihr euch ducken könnt. Ja. Ja. Oh, ich bin leer gekommen. Okay. Los geht's. Ihr beiden beschützen mal die Transporter mit denen. Schaf mit zu oben, auf Nacht. Hier holt sie ihn. Fucking Sna... Ja, warte, ich geh drauf. Hat den Sniper. Die Schilde sind im Kaffee. Hinten sind welche. HGB, der Bohrer bei dir. Ja. Ja. Du steckst dir mehr? Thanks, man. Bleibt mehr in Deckung. Spielt mehr mit der Deckung. Ja, wenn von beiden Seiten was kommt, kann ich hier immer in Deckung gehen. Hey, thanks. tuned. Oben sah der Krieger. Yeah, schau. ja ja im kürt genau okay gehen in den wendern das ist er hat Ich brauche dringend ein Medipack, HGB. Leg mal bitte in den Van rein. Komm in den Van, Jonas. Ja, ich wollte den Sniper ausschneiden. Ich brauche keine Medi mehr. Ich brauche keine Medi mehr. Alter, sicherlich. Ja, ich win. Danke für die Munition. Ich nehme den Gang entgegen. Fuck. Taser. Taser. Da markiert. Rot. Danke. Alles hinter? Ja. Okay, ist der ganze... alles gelootet? Oh. Sehen wir gleich, der Transporter kommt gleich. Wir haben vier Geldtaschen, jeder schnappt sich mal eine. Jetzt schon? Ja. Verschanzt euch mal hier. Mehr auf der Seite. Welche Seite? 30 Sekunden. Hier liegt noch eine Tafel. Kim, nimm mal die Tafel. Sozio, kannst du mir mit der Muni blenden? Ja. Da drin ist die... Liegt hier hinten. Okay. Das hat besser gemacht, aber es könnte definitiv besser geworden sein. Ich werde zu arbeiten, du hast nicht alle Tage. Habt ihr jetzt alle Muni? Ja. Ja, aber... Ich rufe den Gast mit. Da drin ist auch noch eine Linkstasche. Bade, hinten ist ein Indy-Kid mit, ne? Wir nehmen noch mehr mit. Bring die Taschen schon mal zum Van. Kommt mal mit. Die Tasche. Hammer. Holt mich wieder hoch. Ja. Sniper, Sniper sitzt da drin. Down, down. Ab zum Van. Danke, Chief. Werft ihr dann die Taschen da rein? Ja, werft ihr da rein? Alter, nicht mal eine Runde, ey. Wie geht's? Wiehst du schon wieder? Ja, so gut wie. Warte. Ja, das... Ein Taser fertig. Schnapp durch die... Schnapp durch die Tasche, die da liegt. Schnapp durch die Tasche, hau ab. Schnapp... ganz sehr ernst. Schnapp durch die Tasche, hau ab. HGB, hau ab. Okay, dann hau euch ab. Oh, ich bin gleich da unten. Ich bin gleich... Ich bin gleich... Versteck dich im Van, so dass du nicht angeschossen werden kannst. Leg die Tasche mal in den Van. Ich bin in den Van. Du musst die Tasche ablegen, damit das gewettet wird. Alles klar. Jetzt musst du nur 13 Sekunden aushalten. Ja, alles klar. Die Tasche wird beginnen. Dann muss die Tasche beginnen. Du willst es einfach um so zu gezigen. Du willst nur einen Angriff machen. Ja, ich habe es gewockt. runde ja okay alles da man steigst du die nachher noch ich komme ich jetzt nicht da bin ich beim sport mittwoch wir haben heute die gleich dienstag ja morgen habe ich keine zeit stopp aber schade er hätte ich noch eine zweite farbe gekriegt aber so was kriege ich so ich will mir noch mal fix eine neue waffe dann sage ich mal eben hau zu sehen leute und der troll hat gesprochen und tschüss an alle so bin raus danke